Es sind immer wieder genau die richtigen und spannenden Menschen hier. Es sind Menschen, die etwas verändern wollen, die ihren Weg suchen. Die Synergie, die sich hier ergibt zwischen den einzelnen Themen und den Menschen, das ist einfach durch Geld kaum bezahlbar. Hier triffst du auf die Elite der Branche. Und wenn es darum geht, dass du lernen möchtest, die Online-Marketing, Branding, Traffic, Conversion, wie das alles funktioniert, dann musst du einfach zum IMK kommen. Also weiterempfehlen würde ich die Veranstaltung nicht nur Einsteigerleuten, die jetzt ins Business einsteigen, sondern natürlich auch Fortgeschrittenen. Einmal, weil sich die Dinge täglich ändern, weil es kann in so einem Schnips passieren, dass man auf einmal den Anschluss verliert und andere haben einen dreimal überholt. Das einzige Kriterium, eine Veranstaltung zu besuchen, bin ich danach klüger? Habe ich danach etwas in der Hand, mit dem ich was anfangen kann? Die Chancen, die dieser IMK mir jetzt eröffnet hat, durch den einen oder anderen Aspekt, den ich kennengelernt habe, die hätte ich verstreichen lassen, an mir vorbeiziehen lassen, wäre ich nicht hierher gefahren. Gerade in einer Zeit, wo wir uns fürchten vor der zweiten Welle und wie denn so ein Business überhaupt noch laufen kann, ist das jetzt die Zeit, um sein Business aufs Internet umzustellen. Und genau deshalb sind auch ganz viele Leute hier. Und wer hier einfach noch fehlt, bist du. Deine Vielen Dank.